Vielen Dank Hans-Peter Rehl aus dem Studio. Wir melden uns wieder live von der Lorelai. Wir wollten eigentlich an dieser Stelle einen kleinen Werbespot machen. Wir haben gerade versucht, die Mücken ein bisschen zu vertreiben, aber das war ein bisschen schwierig. Ich wollte sagen, wir waren gerade einen Ad-Break für den Spray, den du mitgebracht hast, denn es gibt Insekten überall hier. Wir machen das. Man sieht, es ist ein richtig live Fernsehen hier. Wir sahen einfach Steffi Graf, wir sahen auf Twitter. Sind Sie ein Sportler? Ich meine, Sie sind fit mit Ihren Shirt offen. Sind Sie jemand, der Sport macht? Nein, ich sehe es einfach mit meinem Shirt offen. Wir touren viel, ich denke, das hält dich rechtlich fit. Der Mann auf jeden Fall ist jemand, der bleibt einfach fit, weil er auf Tour ist. Moderbewusst ist er auch, ich war einfach ein Mann von Fashion, das sieht wie Versace zu mir. Können Sie das wahr? Ja, es ist ein bisschen inside out. Vielen Dank. Let's have a couple of questions. Versace ist die Veste. A couple of questions about music. Du spielst die alten Songs von Free. Es ist ein tolles Gefühl, dass die Zuschauer alle alle kennen. Aber auf der anderen Seite, du denkst, wir haben neue Songs, vielleicht würde sie gerne hören. Es ist es manchmal schwierig, die Balance richtig? Well, actually, I have been touring, we did a tour of Canada and Brazil and Argentina and I have been doing some new material. But I decided not to do it tonight because we want to keep the new material for the new album that we're doing. And I want it to be a surprise when it comes out. Victory Music are going to release a history of Paul Rogers, is what they're going to call it. And it's going to have material from Free and Bad Company and some blues and some new songs as well. Great. Well, we look forward to that. We're going to get on with George Therrock. But we're looking forward to that new record coming out. Paul, thank you very much. Get out of the insects here. You can use this flame maybe. Don't forget your raid there. Und wir machen jetzt gleich weiter live auf der Bühne. Ich muss mich deswegen in diese Richtung bewegen. Vielleicht nehme ich diesmal einfach das Mikro mit. Einfach so, was soll's.